Übertrieben dramatische Musik und vorbei. Der hält nicht mal den ganzen Skill aus, das ist ja der Wahnsinn, ey. Was für ein Luschi. Der hält wenigstens den ganzen Skill aus. So gerade eben. Tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Jawohl. Ist da überhaupt... Ah, ich kann... Achso, die sind einfach nur als Garde gedacht. Ich verstehe. Untot. Ist gut, Kirito. Der Gegner ist besiegt. Dass wir den Angriff nicht abbrechen können, ne? Wie soll ich sagen können? Ein bisschen. Ja, naja. Mach doch mal mit. Das ist auch egal. Das braucht ihr auch nicht mehr. Jetzt habe ich es geschafft, wisst ihr? Okay. Nicht der Rede wert. Hätte ich auch links liegen lassen können. Aber egal, ist es kurz vorm... Ja, ist es kurz vorm... Wir brauchen noch 1300, dann haben wir das nächste Level ab. Ich freue mich. Ah, dieses Reusband. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Berüte ich eine Krankheit aus? Ich hoffe nicht. Außer es ist Dörpnis. Dann habe ich die schon mal ein Leben lang. Aber hey. Oh, ich bin ein Teuflischer Wächter. Bin ich ein Teuflischer Wächter? Der nicht mal in die richtige Richtung zielt. Honk. Hallo, nicht den anvisieren. Aber nicht nötig. Es reicht, wenn wir die Golems rumklatschen. Ich habe wieder mal den blöden Teleporter nicht aktiviert. Rr, Gnarf. Ich, ich vergesse jedes Mal. Dafür verbrauche ich gerne meine Ausdauer. Yeah, keine Ausdauer mehr. Nein, nicht zurück. Wir sind das Angriffsquad. Wir nehmen jetzt erstmal die Burg in den Angriff. Ich habe das Mikro gerauen. Entschuldigung, Mikro. Ist es mir leid. Lass mich in Ruhe. Ist er doof? Mistviecher. Greif doch an! Wir greifen die von selbst an. Was ist los mit euch? Ihr seid feurig. Sollte aber auch angreifen. Militant und Militant. Okay. Wir lassen das Kruppzeug einfach links liegen. Außer dem Baum. Wir müssen auf jeden Fall Holzfäller spielen. Außer dem gibt es dafür was. Aber es ist wahrscheinlich, dass die Kiffy da hinten ist. Oh, ich bin langsamer, glaube ich, ne? Ich bin langmulig, wurde ich verlarmt? Ich bin schon mal behindert. Nett von dir. Feurig. Klein ist so feurig. Ach, wie feurig du einfach bist. Und Yuki ist wie immer tollkühn. Ja, komm schon. Wir müssen Fettmaufe besiegen. Halt auf einmal! Komm schon! Ja, Mann! Ja, Roundhouse-Lieb. Einfach, damit wir möglichst viel Damage machen. Mist, er hat mich erwischt. Der Penner, der dreckige Hund, der... Kannst du es wagen? Wird, Mann. Müsst ihr mal schon aufpassen, Leute. Nicht, dass sie euch erwischen. Muss ich gerade sagen. Warte mal. Ja, das Vieh zielt auf uns. Das gefällt mir nicht. Nein! Penner! So. Wenn wir den ehrlich haben, den Lumpen-Pilz, sollten wir eigentlich an die Kiste kommen, ne? Yeah! Nicht den Baum anvisieren. Nicht den Baum anvisieren. Halt! Lass mich in Ruhe. Kraftarmbinde. Ha! Wollt mich das Vieh... Du hast gemerkt, dass wir das Vieh einfach dreckig machen. Was ist los? Wird ein Wilder trärend! Ich bin auch nur... Naturverbunden gewesen. Okay, wollen wir kurz gucken. Kampfkreis nehmen wir mit. Kampfkreis ist immer toll. Nein, lass mich in Ruhe. Yeah, Mann! Rot umschnetzeln! Ach, da ist ein Bruder. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ah, Bats, Bats, Bats! Alter! Ja, Mann! Nein! Okay, erledigt. Mitkommen. Schattenauge. Schattenauge. Ich verstehe schon. Da ist ein Telemorfer. Warum ist da ein Teleporter? Ne? Yeah, level up! Gut, dass die Augen einfach nichts machen. Bis man sie angreift. Bis man sie angreift. Du bist mir! Machen wir mal den hier. Was wollen sie schon groß machen, außer aufs Maul kriegen? Hallo! Oh, der geht immer auf die Falschen. Ich hasse sie an Visierungen teilweise. Die ist teilweise echt schlecht. Können wir mal nicht sagen. Oh, die sind alle ein bisschen kränklich. Oh, ja. Guck mich an! Sieh mir in die Augen. Ich bin... Ich bin... Der Ghost Rider. Ach, Gnarf. Oh, die haben mich gehittet. Oh, Yuki's down. Ja, HP. Wie können die es wagen? Meine Fresse. Ja, genau. Genau. Macht nur weiter. Alter. Hast du gesehen, wie er mich von hinten angreifen wollte, der Penner? Diese Behinderung ist echt nervig. So, erledigt. Yeah. Eine Questbedingung ist erschienen. Oh. Die Spiele im Gebiet sollten entweder flüchten oder... Was? Ein blöder Zusammenspiel. Und sich zu einer massiven, loshaften Individu für ein besiegendes Wesen hat. Erst einmal... Alter, Lachs. Ich glaube, ich kann nicht reden, ne? Okay, das Auge werden wir jetzt erstmal kaputt schlagen. Jetzt kommen sie auch wieder alle, ey. Jetzt kommen sie wieder alle. Verpiss dich! Alter, das Auge will ich jetzt aber... Oh, ich hab kaum noch Tränke. Das Auge will ich aber auch uns trotz jetzt kaputt schlagen. Das Auge ist doch in Ruhe, Mann. Äh... Die Pister sind aber auch... Äh... Ja, toll, natürlich jetzt wieder. Ja, es ist schwach. Los, greift es an, greift es an. Das Auge ist jetzt direkt das Auge. Ja. Das ist aber auch ätzend, ey. Meine Güte. Okay, ich würde sagen, wir haben ein Problem. Warten wir... Oh, das macht es immer, wenn man gerade angreift. Man kann auch diesen Scheiß... Weißt du was? Fick dich. Ah, ätzendes Rotzvieh. Will da oben hin. Achso, man kann da nicht hin. Das ist nur Deko. Ja, natürlich. Mann, wir... Idiot. Ja, mach nichts. Mach einfach nichts. Natürlich. Dämliche Idioten, ey. Danke. Ah, weißt du, der mit seinem Scheiß schmeißen. Weil der soll rufen, der Idiot. Boah. Boah. Was sind die anderen Leichen? Mann, spring doch mal in die Richtung. Meine Fresse, es kotzt mich an. Weißt du was? Ihr blöden... Oh, ey, weißt du was? Ich verpiss mich einfach. Oh, ey, weißt du was? Oh, ich wollte eigentlich jetzt mal auf Screen items kaufen und mal meine Auslösung angucken. Und dann sehe ich einfach die Filia rumlaufen. Ich würde mal sagen, ne? Wir reden. Hey, Filiya. Oh, Kirito! Ne, kichite, kichite! 実はね,すっごいおたからが手に入る かもしれないクエストを見つけちゃったんだ それ、前も同じようなことを言って 結局、紫だいこんが5本だけってことがあったよな あ、あれは失敗 でも今度は本当に正真正名のおたから 全然、自分のおたから 聞いて驚きました Targetの名前は、つまり、エンペラーソード エンペラーソード それでね、皆を誘って取りにいこうかなって思っていたところなんだけど どう? じゃあ早速、皆に連絡しよう 俺が... は?乗ってきたね die Gespräche, man やっぱり、ケンテ聞いちゃうどな Aber ehrlich. Das Schwert des Imperators. Er grinst immer so trottelig. Er grinst immer so trottelig. Das heißt, dass du den Klenk-Gluch der Bögel genutzt ist, die die Klenk-Gluch der Klenk-Gluch. Also, wenn du ein Klenk-Gluch der Klenk-Gluch verletzt, kannst du den Klenk-Gluch verletzt, dann kannst du den Klenk-Gluch. Das ist ein Klenk-Gluch, das ist sicherlich, dass es nicht so leicht ist. Aber ich habe schon so einen Klenk-Gluch gefunden. Ich habe es gesehen. Ich denke, dass du den Klenk-Gluch der normalen Menschen nicht herausfinden kannst. Ich habe es gesehen, dass du einen ziemlich speziellen Ort hast. Oh, das ist ein Klenk-Gluch. Wo hast du gesehen? Ich habe es gesehen, dass du den Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch. Das ist ein Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch. Das ist ein Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch. Das kann Software-Kluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenk-Gluch der Klenktion nicht wahr risking. das ist eine der die es anerkennt obwohl er das sieht ja schon cooler wäre Vielleicht gibt es nur noch einen Server. Ich weiß nicht, ob ich einen Unik-Aitem erneut bin. Das ist nicht so. Okay, ich werde mit uns zusammenarbeiten. Deswegen, wenn ich auch noch etwas, wenn ich mir auch noch etwas geholfen habe. Wenn du dich an, kannst du dir die Hand geben. Wie viele sind so viel Spaß. Ich werde dich als Kazeier beinahe, dass du den Rear-Buch in dieser Zeit hast. Ich werde dir auch mit dir helfen. Danke, alle. Okay, ich werde dich immer noch an den Tragerhunteren und mich immer noch an den Tragerhunteren Dann können wir uns alle mit dem Emperor-Sword und alle mit dem Tragerhunteren Okay Aber irgendwann mal erst Gut, dann kann ich jetzt eben Dann können wir jetzt auch eben gucken Hier komm, wegen Ausrüstung Ausrüstung Wir haben was Neues gefunden Ein Restaurator Auf jeden Fall nicht besser Es ist schwächer und so weiter Ist ja auch Wurst Okay, dann haben wir das schon mal Das brauchen wir nicht, das kann ich ja gar nicht verkaufen Da ist nichts Neues Geschwindigkeit geht um 5 runter Aber wir haben dafür deutlich mehr Schaden, Sekunden, Hörabwehr 2 besser Vitalitätsstärke Wir haben mehr LP Komm, machen wir Scheiß drauf Oh ja, auf jeden Fall Oh geil Oh yeah, Baby Mega, was wir da gefunden haben teilweise Der Oberschied Okay, dann kann ich jetzt eben Heimlich einklaufen Und dann sehen wir uns gleich In der Burg wieder Momentchen Geht's Oh ja, folgender Gegner Toll Ja, ja, mega glubsch Auge Super Ist immer noch da hinten bei dem Mega-Teleporter Sehr schön Dembliches Drecksfikern bleiben, wo der Pfeffer wechselt Das geht meinem Arsch vorbei Ich gehe mich jetzt hier erstmal umgucken Ich war einklaufen, hier Ich habe wieder alles schön aufgestockt Hier, epischer Heiltrank, mega geil Und ja, wollen wir mal gucken Voll ausstatuiert, fast wieder Battle-Arm Ich hatte irgendwas mit, ich glaube 50.000 Das bin ich bei knapp über 10.000 Ich war ausgabefreundlich Also ich habe Weder Kosten noch Mühen gescheut Und die Kiste da hinten werde ich nicht wieder aufmachen Das wird mir nur wieder Nerven kosten Oh, ich kann Bock drauf So, das mega glubsch Auge lassen wir links liegen Das ist mir Wurst Das kann so ruhig irgendwelche NPC-Charakter-Player Kaputt schlagen Aber nicht mich noch einmal Das sehe ich nicht ein Ich habe erstmal gedacht, ob ich die einfach zulasse Bis ich da oben war Aber, naja, das ist ganz ehrlich Scheiß drauf So Ich gehe noch da oben Da gibt es zwei fette Schatzkisten Die hätte ich ganz gerne Ah, das grässliche Auge ist noch für 24 Minuten da Ah, dann verpisst es sich wieder Und da ein Kampfkreis erscheint wohl wieder Geh ich mal vor los Hallo Oh, ich bin Oh, ich sehe einfach mal Wer den falschen Gegner Weil ich doof bin Wollte ich gerade sagen Ich bin nämlich Kirito Kirito, der verpennt Super NPC-Helbwächter Fuji 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 Fuji-Kator Was willst du? Komm her Okay, der ist down Bats Was gesehen, wie ich ihm eine Furche durch die Rinde gezogen habe Ah, ah Der arme Trend Der ist ein Trendsetter Ah, 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 ah Greift an Während ich betäubt bin Los Go, 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 go Go, go, sort out rangers Was? Bevor er schlitzen kann Haben wir ihn erledigt Das ist sehr gut Wollen wir mal Luki-Luki machen Den müssen wir auf jeden Fall umklatschen Bevor er irgendwie Mist veranstalten kann Hier Da wird ja mein Skill wieder unterbrochen Der Penner Darf ich wieder jetzt leiden? Oh, ich bin ein teuflischer Ich bin teuflisch mäßig tot Ja, natürlich Hier sehen wir den Falschen an Ja, ich glaube, ich werde gleich wieder sterben Was hat er für eine Reichweite? Okay, ich werde das verkacken Es ist doch zum Reiern Meine Fresse Ist doch ein Witz, ey Ist das doch zum Kotzen Du kannst nicht Es ist niemand hinter mir Ja, du Scheiß Bastard Schnitt So, das sind wir wieder an dieser Scheiß-Ecke Scheiß, was auf die Schätze Ist mir alles kackegal Ich will jetzt Fortschritte haben Deswegen lasse ich jetzt einfach alle links liegen Sammel den Schatz Und setze meinen Weg fort Leckt mich doch alle am Arsch Meine Fresse, ey Weißt du, erst kommt nur noch so ein Billokram Und auf einmal kriegst du wieder voll aufs Maul Das ist Boah Mann, du Einfach ins nächste Gebiet Und vergessen Einfach vergessen Auch dieses mega fette Glubsch-Auge Kann mich mal am Arsch Äh, ja Beobachten Mir auch wurscht So Da oben gibt es wieder eine Kiste Zu looten Die will ich auch gerne looten Oh nein, ein Auge Hilfe Oh Welch garstig Kreatur mich da erwartet Hund So Penner Mann, ey Bin aber gerade ein bisschen pissig, ey Okay Okay